Herzlich Willkommen meine hochverehrten Damen und Herren! Sie fragen sich vielleicht was wir mit diesem Boxsack hier für ein Stunt machen können. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Sehen Sie es jetzt. Hallo meine hochgeschissenen Damen und Herren! Das ist der Zentrifugalkraft Supersplash! All righty Camina! Das war scheiße! Das war scheiße! Das war scheiße! Ich weiß übrigens immer nicht, wie gut ich die Idee finde. So, letzte Säge, los oder? Das war scheiße! Das war scheiße! Das war scheiße! Das war scheiße! Ich habe momentan für diesen Aufnahmen einen Schädelbasisbruch ohne Scherz! Das war eigentlich kein Zentrifugalkraft Supersplash, das war ein Schädelbasis Supersplash! Das war scheiße! Das war scheiße! All right! Das war scheiße! Das war scheiße! Boah, wir haben einen Lofdruck. Okay. Ich habe ihn mit einem Achtverbrecher. Ja. Jetzt vergeht. Nein. Okay. Das war das nicht so gut. Das war doch zu. Das ist gestört. Nein, wir haben das ausprobiert. Wir müssen den Namen machen. Ja. Haben die auch schon alles dabei? Ich habe keine dabei. Das ist gerne dabei. Die kennen jener vom Bahnhof. Das ist gut. Ja genau. Ja das ist nix. Jetzt zeichnet sich langsam Musch drauf, oder? Ja. Oh Mann. Das einzige was ich glaube, ist der Problem, weil ich Spank und Acker habe, von meinem Namen gestohlen. Sandra Muschakleuer. Sozialversicherungskarte nutzt ja was. Es passt. Sie kennt dich. Magst du aufschreiben? Nein. Achtung, 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 Achtung. Ich probiere mal. Das ist schon wie eine Sulti-Gesose-Dreck. Wir haben viel Spaß und tun ja nicht weh, gell? Nein. Danke. Jeeha! 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 Jeeha!